Maximilian, wie fühlt es sich an, Sommerskispringen in den Hinterzarten? Ja, die ersten zwei Sprünge waren ein bisschen durchwachsen, aber der Qualisprung war soweit ganz gut. Ich bin recht zufrieden und zuversichtlich für die nächsten zwei Tage. Das heißt, jetzt momentan Rank 4, glaube ich, das kann sich sehen lassen? Ja, das ist okay. Mal schauen, was dabei rauskommt. Mein Ziel ist ja, dass ich morgen im Team mitspringen darf und da muss man noch warten, ob das dafür langt. Es ist eine starke deutsche Mannschaft, selbst wenn die Arrivierten nicht da sind, weil leider verletzt oder aufgehört. Oder im Studium ist es eine starke Mannschaft. Ja, auf alle Fälle. Also wenn bei uns die vier dabei sind, die Besten, die aktuell am Start sind, die können auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Okay, ganz an die Österreicher, in Bestform wird es C, aber ansonsten sind wir da ganz gut dabei. Da spricht die Zuversicht daraus. Wir wünschen alles Gute, toi 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 Max. Danke. Danke. Danke.